Ja, du weißt keine Lieder, wie ein Copyright und, ne? Ich mach' ich Copyright, mein Lieder! Ich hab' das nicht wahr! Ich hoffe, du hast kein Copyright! Okay, komm, Lukas, die rasieren wir jetzt, okay? Oh, tschüss, Toxic! Ich hab' Toxic in mein 100er-Bus reingekickt. Ah, Pommes! Oh, Leute, ich bin heut' mit dem Scooter richtig auf neu geflogen. Die Menschheit kennt dich noch nicht mal. Niemand checkt, wer du bist gerade! Niemand! Darf ich dich vor... Darf ich dich vor dir stellen? Ich stell' dich jetzt vor. Das ist der Lukas. Und der ist definitiv noch nicht mal so alt wie ich. Der ist nämlich... Pommes haben wir mal können! Pommes. Ja! G-a-Jawoll! Nein!! Nice! Ich brauch' nur noch der Bus! Dankeschön! Das, das gibt ne Anzeige! Das könnt sie glauben! Das gibt ne Anzeige, du! Ja, ja, mal... Oh! Ja, hab' ich mal! H-Nie! Habibha, habibha! K Alain er hat mich zerstört ich habe ihn zerstört er hat sich ja ich weiß auch nicht ob es war wenn ich dann die Union die Tatsache ich oh ja komm Lukas Arne dort 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 nachfragen und hier mit dem Tod ja hier im Tor das ist so nicht ich bin ein Pommes Fressen und du ja bei mir ist auch wenn man das hat ja und hat nämlich die ganze zeit nun ist nach der l okay nein das ist ja ich schmiere und nicht schön mit der krankheit das ist ja gar nicht ja leute er hat wirklich turrent Kappa okay wir müssen so tun als hättest du Tourette damit das noch geht ich zog hier mit einem Tourette Menschen Heiliger Mutter Maria Mr. Fertz Alter ich bin ich gebe meinen Dünnschiss in den Mund wie findest du das schönes Jahr aus okay ich sag dir hundertprozentig die sind älter als zwölf Jahre also können wir die durchbeleidigen die 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 Glückwunsch, du stinkst doch scheiße. Lukas übrigens so lange geht n- ein Tick gar nicht, ne? Von nem Tourette. Du stinkst doch scheiße. Heilgottomaria! N-N-N-N-N-N-In! Ihr seid ganz gemeine Pommes twitten! Aua! Pommes twitten! Pommes twitten für die starke Pommes! Ich muss auch n'Tusches... Hahahaha! Klicke-Räusche wie bei einem PC-Spieler! Ah ja! Junge! Wir schwitzen halt übelst rein! Hahahaha! Digga! Klicke-Räusche wie bei einem PC-Spieler! Ist schon gut, ist schon gut! Ah ja! Ist nicht schlecht! Ah! Nö! Nö! Er hat kein Tourette, er ist nur so dumm! Halt mal! Es ist halt ehrlich so low, wie ich einfach nur 98 Punkte hab! Guck mal, sogar die Gegner! Die Gegner haben sogar mehr als ich! Mach mal bereit, mach mal bereit! Komm! Die wollen noch mal kämpfen! Die klatschen wir jetzt noch mal auf 1-0! Auch wenn der eine Typ Toxic heißt! Aber noch keinem! Ich war im Internet! Das heißt... Das heißt... Ich war... Ah! Ich war im Internet! Und hab mir immer... Lukas! 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 Halt! Stopp! Ich hab nach irgendwo lagen! Aber hab sie nicht gefunden! Hab blick daran, weil sie ausgestorben ist! Ich hab nach deiner Mutter gefunden! Ich hab nach deiner Mutter gesucht und mit fünnig geworden! Leute, uns gucken zwei Leute zu Lukas und wie ist es? Das bestimmt nur Ali. Dieser Ali ist das? Ja, Ali macht doch alles Döner. Ei, Ali macht einen Döner draus, ah ja. Das ist Stimme. Ich hab Corona-Aufgaben. Ja, ich hab Corona-Aufgaben. Lukas hast du auch Corona-Aufgaben? Corona-Mem-Bett. Lukas hast du auch Corona-Aufgaben? Ja, der ist da. Oder mag ich mal Corona-Mem-Bett? Corona-Mem-Bett. Ach Junge. Das war mit Corona-Mem-Bett. Ich hab Baby und du Corona-Mem-Bett. Ah, Junge. Corona-Aufgaben sind einfach die beschissensten, Alter. Da geh ich lieber zur Schule, ganz ehrlich. Ich hab Corona ohne dich. Lukas, ich unterhalte mich hier gerade mit dem Chat, aber auch egal. Auch wenn meine... Stopp! Niemand will halt nicht mit dir reden, Mann. Oh, den konnte ich jetzt aber nicht sehen, du. Ähm... Der Marco Horrath Witz... Horrath Horrath... Okay, sorry, sorry, sorry. Der Marco will da vielleicht mitspielen. Ey! Was beleidigt der hier? Wollah, Habibi! Ja! Wollah, Habibi! Habibi! Nein! Der ist so weggesprungen. In mein Bett, oh, Bett, oh, Bett. Also wenn du jetzt mitspielen willst, dann sag einfach... Dann sag einfach... Dann schreibe einfach in den Chat. Oh, ich hab ein Tor geschossen! Wir müssen sogar genau von neun... Ja, what the fuck! Alter! Wir müssen sogar von... Ja, okay, ja, er will mitspielen, er will mitspielen. Lukas, ich lade... Ja, ja, äh, der gerade im Chat ist. Ich lade ihn ein. Nein! Doch! Nein! Der spielt jetzt mit, Wollah, Habibi. Fuck, ich bin weggesprungen! Okay, ich hab ihn eingeladen. Ja! Guck mal, er ist sogar langweilig. Der darf jetzt mitspielen. Oh! Fuck! Du Kaka-Lappen! Mann! Du Afghanist, oder du kriegst die Kaka-Lappen! Hallo? Ja, hallo. Oh Gott! Nein! Das darf nicht sein! Ich weiß, er ist dumm. Nein! 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 Ich will keiner ganz will! Der ist halt eben so ein... leicht dezent gestört, aber auch nur so ganz leicht. Nein! Nein! Ne! Ja, so ein... so ein Ticken halt, ne? Nein! Also das Ding ist halt, er denkt, er hat Toret. Ha! Ihr Opfer, ich hab Toret! Ha! Ha! Oh! Nö! Tonto! Kein commentarpel! Kein commentarpel, kein commentarpel... Man... natürlich! Wir lange... Er hat auch utiliziert, mein. Ich hab seit einem halben jahren, los. nung, doch guck Doncs Value Porque Dong Hello wichtig aber... ja heiligemann eigentlich wo kann man denn bitte heiligemann krele eingehen, what? ja man kann heiligemann krele eingehen, wenn man das einstellt das will ich auch ach du heiliger mutter maria, kann man auch mutter maria eingehen? das kannst du einfach schreiben über fordnett karte ja, über fordnett karte ok, ich hab heiliger mutter maria, also ich hab auf jeden fall, ich hab mich verbessert ja, die haben aufgegeben ah ne, der eine hat nur aufgegeben, oder die sind bei der fk du bist kurz weg ach der ja fk lukas ja ja was machst du denn da? man, Junge, ist das dein herz? ja guck es dir an, du hättest einfach easy abfallen können nein, er schreibt ich sag dir so gleich wirst du gekickt, alter, wegen untätigkeit, alter, ich würd so feiern na wie langsam schreibst du denn auch auf ps4, digga, holy shit ah, heiliger mutter maria und dann auch noch falsch geschrieben ja nein 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 na, lukas hat's falsch geschrieben ah, ein bärbelnäge krasser ganz krass und echt wohl nicht weiter ach, Junge oh, ja oh, ja oh, ja oh, ja natürlich ist das interessant, alter wir sind hier einfach die Besten im Scheu-Spiel bitteschön, Vorlage ach, der ja, du Stück Scheiße, alter Junge wenn ich mich zwischen dem Toastbrot und die unterhalten würde, alter, nun würd beim Toastbrot mich mehr herauskommen aus dem Maul, was vernünftiger ist als bei dir, ganz ehrlich ja in der Tat na den Hals, Maul, Mann dein Toastbrot schon besser ist hallo 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 boi Junge was war das denn das klang wie so mein Furz auf dem Tisch, alter ja so hört sich das mal an warum reden wir überhaupt gerade über meinen Furz Lukas, du bist dran hallo hallo weil ich, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich kann den Furz tun mir wurde auch nicht beigebracht du bist so ein Elendiger hallo 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 nein, nein das war mein Verdienst vor hallo 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 ja ja wir haben eh gerade, wir haben eh gerade gewonnen wir haben eh gerade gewonnen ist jetzt gerade um hallo 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 Lukas Lukas jemand hat gerade den Chat geschrieben schon Jesus, alter wegen dir Junge du hast so einen Scheiß Kick in die Mann ok zurück zum, zurück zum Hauptmenü wir wollen jetzt Dings ändern Uaaaaaah Wunderlampe ich zieh es jetzt werde ich zumal auf dem Gene Jesus Christ ja so eine Scheiße redet die halt immer kann man nicht ändern die ganze Zeit noch sexy aller das nennt man sexy guck mal Lukas was ist dein Auto los was ist mit deinem Auto los das ist halt krass das habe ich mir heute im Shop gekauft das ist heute im Shop das ist keine Katze das ist eine Ziege wer benutzt noch Antennen in 2020 ich hab ich hab die halt ich hab die halt eben einfach nur noch ran gemacht einfach weil die Ziege da waren sonst hätte ich auch keine aber Lukas denkt sich auch so ich bin entschieden guck mich doch an ok was ich echter bekommen noch ist bekommst du nur denn innerhalb von 32 Minuten und 6 Sekunden insgesamt immer dein Internet abkackt ich hab's da steht irgendwas auf ja ach lol da ist wirklich da ist ein Stecker drauf ich hab's halt eben nicht mal ich hab das halt nicht ok ich hab das Spiel seit 2016 hallo ich ess gerade soll ich kickern ja ich ess gerade soll ich kickern los kickern soll ich kickern also wir haben wir machen's also Marco wir machen's wir machen's halt immer so immer der der am weitesten vorne ist die fahren oder der fährt los wir machen's wir machen's zweit vorne ja 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 ich hab auch ja warte wo kann man danke sagen nein mann bin zu dumm da danke 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 krasse legende hier am start ok war ich will immer mit euren gegnern spielen low seines ist dumm schreibt nw ok w w ja ich werde auf mode schossen also wir sind alle spotter einer kennt uns halt eben gerade haben 100er big mac ja ja das war's gar ich hab ihn noch berührt ich dachte ich lol ich dachte schon what ich dachte ich dachte halt eben das wäre eine anzeige fehler von äh vom rocket league dass äh dass lucas ihn eigentlich reingemacht habt und dass mein name da steht mit du bist ja komplett in meinen schuss gespielen alter in deinen schuss das sollte mein tor wählen also hals maul du bist in meinen du du wolltest nur abstauben damit du xp bekommst ja du wirst wer wer braucht denn hier wer braucht denn hier xp am 1 ich weiß nicht ich weiß nicht ok also nicht meine kurze ist nicht eigentlich meine kurze ist eigentlich nicht vor ich bin im Tor besser als im Sturm gerne bleiben hinten und halt das ist ja immer nach hinten in die Ecke und halt dein Maul ja ja ich werde sie immer freuen und zu sagen wenn du bist ja ich darf mich rein ja ja ich habe ja 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 vorlage ja 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 was mein oh mein Paul was sag ich was war hier paulo wartet du auch auf den Stimmbruch bis er mal rein kippt ist ehrlich so es fackt mich halt an meine Stimme klingt sie so ja ist es einfach noch man ich wette nur rum geschwappelt ich wette mir alter ja haben die Wiener ein Eigentor gemacht ja haben sie guck es doch guck jetzt total normales Tor und was macht er danke danke war das eine KI war die Tomat so nein mein Essen ist auf den Boden gefallen das ist einfach so geil nein das ist einfach so geil einfach pass nach vorne eher halt stopp halt stopp stopp weg stopp stopp wer suchs doch fuck mein Hunderter mein Hunderter bhp big mack wir sagen zu den Pickmates Lukas Hunderter Ticken ist so also wir müssen nicht drei stunden ja also wir müssen wir haben keine bestimmte zeit wir haben halt immer dann wenn wir machen wollen wir könnten auch in der letzten woche alles halt machen ja gut wir müssen unser Dreckslehrer in E-Mail schreiben ob wir gut rausgekommen sind oder nicht ja so von Jungen Stalker Stalker Schule ist wenn du jemanden beobachtest Stalken vor allem du machst es ja auch noch selber alter bist du dumm das haben wir alle verabschieden ja ich bin doch und das weißt du weil du hast den Mullen ich hab keinen Mullen hat einen Mund in der Schule das ist so ein Alter mit Schuhe zerstört das ist ungefähr immer ich ich bin immer das Opfer was für keine Parade die Zeiten früher wo es noch so ein Kack-Ball-Stoß gab oder die Hüttenwelt vorallage vorallage ohhhh nice geile vorallage von mir man hey guck doch mal ganz ehrlich besser kann sie doch nicht kommen ganz ehrlich was hast du für ein Wollen wir das ich suche damit mir krasse Gegner bekommen nein ich suche ne lass Lukas suchen lass Lukas suchen er ist total unterlevelled ja er wollte mit Rang 150er spielen oder so ja ne weil ich will mal richtig aufs Maul bekommen ne ich bin eh Gruppenmannführer ich geb Lukas ich ja aber ne ja Kost dann geb ich da keinen Anführer weil ich will mich hart aus weil ich will mich hart aufs Maul bekommen nein du hast heute schon noch im Knie also Hals macht nein Hals macht also diese ich verstehe von seines dumm einfach nicht diesen Kommentar LW was nein hier im live chat Langeweile langweilig der sagt dein Schlimm ist langweilig hab ein Tor gemacht in den letzten 6 Sekunden und du sagst das ist langweilig guck mal ein Tor an alter hab ich da hinterher sprinte mit 30 PS alter ich bin mir Rentner 3000 hier ich bin echt ne ich bin ja schon so ein fetter Automat alter ich auch das ist einfach ein Training wenn wir einfach sagen dass wir fett sind und sagen dass wir hässlich sind bekommen wir Aufmerksamkeit das ist halt ehrlich so und dann sagen die auch immer nein nein das stimmt nicht du bist wunderschön na warte ich kann noch nicht bereit man bin gerade stufe 52 geworden Mann ich werde die ganze Zeit nur Level Abhilfe ja geil ist halt ähnlich so Nox kenne ich nicht geile Scheiß Reifen ich habe die Wunderlampe bekommen ich habe irgendeinen Scheiß Avatar Rahmen bekommen ich habe eine geile Spur bekommen die ich jetzt nicht mehr anlegen konnte so Lukas jetzt bekommst du Admin und dann suchst du aber Lukas nur 3 gegen 3 ne keine keine 4 gegen 4 das ist 8 Rumble ich kann kein Rumble suchen Mann ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht ich kann es nicht ich kann es nicht ich kann es nicht äh also du weißt wo du das machen musst ne spielen online und dann musst du nur auf nur auf standard einen Haken machen und dann drückst du ne doch erst los X X X fertig zum Gruppenmann Führer enden Lukas du bist jetzt der King und jetzt mal die Suche läuft wenn jetzt 4 gegen 4 rauskommt Alter ich schwörste wenn jetzt n Wie alt ist Lukas? 11 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 12 11 11 14 12 14 15 15 16 15 15 16 18 19 19 Jack Rassel Ich hör ihn immer bei eins. Einer aus unserer Nachbarschaft, Jack, ging immer und der Hund heißt Jack Rassel. mein bruder vielleicht aber nur ganz vielleicht vielleicht in amerika nein in dem einstream Mama Wieland Mama wir gucken drei Leute zu das ist halt eben nur einer warum habe ich ja eigentlich zum gruppenmann führer gemacht ich kann dann eben jetzt noch nicht mal mehr kicken warum wir das auch einer die bestes Pferd nein ich habe keinen Plan wenn wir gerade zu schoss nein das waren die schon ultra weiß ich nicht der Zuschauer der das jetzt hören wird der würde richtig pisst auf dich sein ja die beste Pferd wenn ja aber guck mal, warum? Nein, weiß ich nicht, ich habe gerade irgendwie was ausgedacht Deutschland ist dumm Deutschland ist dumm, warum gibt es denn die Sendung ab? ist Deutschland Ist halt so Ist halt so Deutschland geht den Bach runter Paul, Paul Ich habe alles unter Kontrolle Guck mal, man sieht da mal Deutsche Deutsche kann man je, wenn man was antun will Ich so, sagst du einmal Bruder oder bist du einmal 20, 20 Uhr länger Bruder, der kommt nicht einmal in diesen Sack Bruder, ich muss ruhig sein Da ruhig Ich habe gerade was in den Chat in den Spielchat geschrieben Jala Ja Für Habibi hatte ich nur keine Zeit mehr Dann würde ich für Lukas Ja Kennst du dieses Mobbing Kennst du dieses Mobbing Video Wo dieses, äh, wo dieses Mädchen Ja 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 Du ähnendiger Bastard Ich fick dich Mein Bruder wird kommen Der verkloppt dich Du liegst danach im Krankenhaus Wenn man ein Apfel steht Wenn man ein Apfel steht Das ist ein 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 Dieses fette Kind zu mir kommen Und so sagen Mein Apfel wegnehmen Digga Ich würde ihn umwerfen Dann könnte er nicht mehr aufstehen Puh Okay, aber kein Was ist Äh, so jetzt nichts gegen fette Fett Falls der Zuschauer Also ich bin nicht Ich bin nicht Sprachen Nenbubble Also ich bin nicht wirklich fett Ich aber Ja, das ist, ja Ich aber Ja, das ist, ja Ja, das ist, ja Ja, das ist, das ist klar Ja, das ist, das ist klar Nix gegen fette, ne? Doch Fette sind immer die größten eben Männer Das weiß ich Ja, aber nicht die Leute, die Lukas heißen Alle bis auf Lukas Lukas ist ja auch kein Ehrenmann, er ist ein Ehrenfrau Er ist auch nur eine Frau Ja, ehrenmann Ich bin es Ich Ja, ich bin das Frauen, ey Ich habe einen Sprecher Du bist, du bist ein Frauen, hä? Ja, so habe ich Paul den Vorbein eingestellt Ja, so habe ich ihn eingestellt Ja, man kann ja solchen Leuten Nicknames geben Ja, und da habe ich ihn Frauenheld genannt Ja, dann heißt es dann nicht eingestellt Ja, eingespeichert, tschüss Ja Warum stehst du eigentlich die ganze Zeit nur in der Mitte? Guck mich an, ich bin auch viel krass an Ja, also Weil ich der Beste bin Ich habe Ey, guck mir Punkte an Doppelt so viel und dann kommt Lukas mit 70 Der Gegner vier Der Gegner vier Bereits Bereits Ich geh ins denn schon bereit Ja, wir haben auch bereit Ja, wir haben auch bereit Ja, wir haben auch bereit Der hat das meiste gemacht, oh, der 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 hat Der hatte am meisten Punkte KI Das ist halt endlich so, ne Sorry, meine 300 Euro sind runtergefallen Kiwi Ja, natürlich da Der Gegner Kiwi Hä, wieso ist der haste? Der haste Flattes doppelt Lol, das sind zweimal die Hastel Schlattes Alter, jetzt kommt Ja, die ganze Hastel Familie kommt jetzt an Und da kommt so Kiwi Ja, die haben BOT Ja, die haben BOT Alter, das sind bestimmt so zwei Brüder, Alter Die zocken über einen PC PC? Äh, äh, äh Äh, iPhone 8 ist ganz mal super Äh, iPhone 4 haben und Okay Nokia Okay Das sind Nokia Ich verstehe die Leute nicht, die bei jedem neuen Handy direktes Neue kaufen müssen Ja, was ist Das würde man verrecken, wenn man das neu, kein neues Handy hat Also mich juckt mein Handy nicht, ich hab ein normales Handy Also etwas, also ich hab halt A50, ne Nee, ich hab die Samsung Galaxy S8, sag ich nicht Samsung? Du hast einen Samsung? Dann würde ich mir einen Samsung Kühlschrank holen Ich bin voll nice Samsung Kühlschrank Ich weiß Das Einzige was ich mir holen würde Ich hab halt im Samsung Du hast gebraucht eine Alexa zu holen Ja, ne, ich hab, ne Ja, guck doch mal Du bekommst noch eine Alexa Ja 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 Wer redet Na da Na Ja Ach so Ja Der Dimtri Der Dimtri 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 redet Links Dimitri Ja Bin schlecht im Lesen Junge, Alter, wie schnell bin ich denn jetzt Hilfe, Mama Man kann auch in diesem Spiel Sprachset Ja, das weiß ich dann ist es push-to-talk 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 ist wenn du nix ja wenn du etwas drücken muss damit du redest ja ach nee ich hatte fort mal push-to-talk an aber ich habe nie die taste gefunden weil ich gemobbt habe die so pisst auf dich also wenn sie das hören würde tisch nachbar bei mir ich habe die ganze ein bisschen rum gedriftet guck mal was ich da hinten mache kann man das sehen auch ich glaube das sieht man gar nicht doch ja krass oder noch was m big mac leichte paul die weg was für ein schuss das waren punkte für mich hat mir einen ja welches opfern fast ein tor gerade geschossen ich habe alles so kann ich jetzt sehen danke marco schuldig sein er hat mit mir geredet und du sagst er ok man muss doch immer die Wahrheit sagen ich habe jetzt nur gesehen wie ich komme denn noch abstauben wollen ich schnauze ich schnauze ich schnauze ich schnauze ich schnauze ich hatte keinen boost ok dann flipp dann flipp dann flipp ich sag immer zu Lukas wenn er das nicht macht MACHEN VORMER ZEITO oh ne ok oh ne uuuu wir haben eh gewonnen also oh oh nein oh ey ich mach ein paar Donuts ein paar Donuts du machst ein paar Donuts dann mach ich jetzt noch ein Tor alter ich mach ein Holy Moly Donuts ich mach ein Holy Moly Donuts oh ich bin immer noch ja 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 wenn die ich will nicht Ich mache es Spanns. Ich mache es Spanns. Ach ja, ich bin nicht elf. Gut Deutsch können. Gut Deutsch können? Ja. Okay, Golden Goal ist jetzt. I'm a bad boy. Okay, zieh durch Marco, zieh durch. Oh sorry, hab nicht gesehen. Was hast du gemacht? Er hat sich angewürgt. Paul nicht im Tor stehen, wie so ein fettes Kind. So mach mich. Paul! Mimmed! An erster Stelle, an erster Stelle freu ich mich natürlich für Mimmed. Ja? Paul! Ich auch. Für seine ganz krasse Unterstützung. Mach ich hier eine Vorlage. Und ein gesamtes Tor. Mann, bin ich krass. Ich hab den einen noch gefickt. Und hinten. Ja, guck doch dieses. Guck dieses Tor an, Mann. Du kannst dir das abschauen wolltest, Mann. Danke. Ja! Ja! Aber der... Ja, es war zum Tor. Ja. Ja, das geht nicht vom Rahmen. GG. Ich kann kein GG mehr schreiben. Will ich einfach noch beleidige, Alter. Ich bin grad die Stufe 6. Ja! Oh, Klasse! Ich hab ein grünes Hütchen bekommen. Und dumme Räder. Die aussehen wie ein Stück Scheiße. Ich hab ein grünes Hütchen bekommen. Ich hab ein grünes Hütchen bekommen. Nein. Guck, sie hat ein Gucci-Hütchen bekommen. Du bist geliebt. Nein. Doch. Doch. Jetzt bin ich geliebt. Oh. Jalla. Jetzt bin ich geliebt. Ja, wir haben sie alle gehabt. Zeig deine Gucci-Cab. Zeig deine Gucci-Cab. Ja? Ich hab ein Screenshot geschickt. Ach, Jalla. Dann kann ich Streamlot... Oh, wow. Ich geh einfach raus. Wie so ein Irrer. Okay, komm, zeig sie. Zeig deine Gucci-Cab. Warte. Warte. Warte, ich hol mal meine italienische Spezialität raus. Warte. Warte. Ich guck auch immer mal. Warte. 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 Hab sie gleich. Da. Das ist nicht italienisch. Das ist... Äh. 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 Französisch meine ich. Äh. Warte. Und ich komm aus Mexiko. Und ich komm aus Arabien. Und ich bin beschissen. Und warte, 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 warte. 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 Und ich bin Lukas. Ich bin... Ich bin Lukas. Ja. Ja, ja, sieh da, dieses... Ja, ja, sieh da, dieses... Ja, ja, sieh da, diese Retro Brille nehmen. Warte, wo ist sie. Ich finde sie nicht. wir nehmen jetzt alle kommen wir sind die gangster ich kann auch die wunderlampe nehmen jetzt such doch mal ein spielmann und ich mache er hat eine antenne genommen ich habe jetzt meine weg gemacht habe ich habe ich eigentlich jetzt überhaupt das mit dem diskonix ich meine ich habe das noch nicht mal mein internet ist doch 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 ich hab's ich hab verbindung getrennt doch ich hab's noch er sagt es einfach nur damit dass ich fülle ich auch das auto was ich habe hat sieben euro gekostet mein auto ist cool ich werde nicht verstehen am ersten freue ich mich natürlich für mehmet ich finde das so geil das war gerade gesagt hat sagt es noch mal sagt er noch mehr mit für das geil das war cool big mac hundertvierundzwanzig länder sind bisher gerade infiziert die ganze welt voll angst und strecken und dann hat man vor die tür aber ich habe genügend klopapier die seine fette frau auf tik tok also ich habe nachdem ich habe nach denen ja ja diese eine andere ich habe ich habe mit dem ich habe ich habe nach dem nächstmöglichen essen was ich gefunden habe was man essen kann gesucht und bin auf klopapier gekommen also habe ich das in meinem mixer gemacht und hat eine runde gemixt dann habe ich mir auf mein herd getan und habe das noch gebraten das hat die wirklich gemacht das hat die wirklich gemacht tschüss so meine güte ja ich muss ja mein glücks ding dann ja power von rocketing diese blumen geben auf blumen dann weißt du was ich meine ich weiß aber ich ich suche ich suche die ganze ich finde ich es gibt ich finde die ganze sachen von ich bin ich bin mehr als zweimal rum macht man ganz schnell irgendwann kommt noch once 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 jockey bestes pferd xd nein es gucken aber zwei leute zu der jockey bestes pferd xo xo heißt der schreibt jetzt ein kommentar 1 einfach damit wir die zehn kommentare voll haben und erleicht das video bitte auch ansonsten gehe ich zu ihm nach hause und sage in kugel die die woher hat und ab ja 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 es ist alles ja 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 nehmen so junge haben alle ja alle man die wird wieder nur gemacht von der zuschauer wegen dir ja ja schüler und beleidigung und junge die 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 serie ja manchmal wenn mir langweilig ist und ich weiß nicht was ich machen soll zu teuer sagen was einfach aber ich habe keinen plan wie man es kündigt also dann ist ja und dann wieder abmelden guck weil du jacke bestes pferd gemacht hast habe ich jetzt einen zuschauer weniger ich habe endlich ein weniger mann nein es ist trotzdem ein weniger das ist jacke jacke ist jetzt wieder bei seiner mutter und heulen eine runde weil er traurig ist dass jacke und dass er jetzt angst hat immer mal abends ins bett zu gehen weil er sagt weil du gesagt hast jacke ist das pferde sind scheiße und jetzt stellt er sich immer vor eine pferde fratze mit einem kotthaufen auf dem rücken das ist es ja schreifte mal angesehen die lieben ich hab doch mal aus 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 ich hab doch nicht mit dem Vieh ist doch mal aus und ich hab doch mal aus im Sommer und ich hab doch mal aus ich hab doch mal aus ja sagt ja die bestes pferd in den in den chat auch wenn du einer zuglotz nein du hast auch ein bisschen was geschrieben es sind neun kommentare gerade ich will aber zehn haben wir zehn auch wenn es nur so ein bambus kommentars man ich schicke man und ich diesen einen kommentar das regt mich auf lw nein einfach ein l und dann noch ein kleines weh naja ein großes l ich hasse ich einfach ich nehme ihn doch schon so schön mit und dann kommst du sie so ein penis und ich bin cool an erster stelle freue ich mich natürlich für Mehmet an erster stelle hasse ich Yaki das ist klar ich drehe hier meine Tore um ja er kann doch noch dafür dann kann der gemobbt werden wer benutzt Küsschen das ist halt ehrlich so das ist das schwul ist ok Yaki das scheiße Mädchen sind eigentlich schwul weil sie dieser hohen sohn hat mich gerade als bot getötet ich habe wohin so weiter ich würde diesen botten ja ok ich mach was ich bin hinten ja ich will mich nun ich will mir gerade ein big mac ich habe es ich habe ein big mac oder auch nicht ich also bitte also wirklich als als Marco du musst uns hier carry'n alter wir sind alle lost mach ich ja schon ich hab viermal mehr Punkte als du oder drei juckt mich nicht lass mich nicht an ich habe es so gewohnt ich wollte gerade springen Mann ja ich hab dich doch nach oben gepustet ich wollte dich hoch zum Ball boosten jetzt haben wir eine Verlängerung ihr müsst alle Lukas fahr los Lukas fahr los ja falls er hinten durch geflutscht wäre dann hättest du ihn noch geil bekommen vorhin geflutscht Lukas ja bewegt dich doch mal wohnen und der kann kommen der kann kommen der kann kommen immer dass ich zu laut bin wieso AHHHHH AHHHHH DORBEKER Und alle, kennst du? Nein, Yaki, kennst du diese eine, ähm, ich weiß nicht, ob die Yaki heißt? Aber wie hat die Yaki geschrieben mit einem Y? Nein, mit einem normalen Y. Kennst du diese Alte von so einem Indianermädchen, mit so einem Hurenpferd? Mann, Lukas kann nichts. Er fährt die ganze Zeit in mich rein. Guck dir das an, Stahl, der ist Gegner, dann. Kann man eigentlich so los sein, Lukas, Mann. Wen die haben wir jetzt verloren. Und Spirit hat, ist Starspieler, Alter, Spirit. Oh, ich hab die schon lange. Ich mach bereit. Mach dir auch bereit. Hallo, doch, das ist Spirit. Wir können die Fick noch, Mann. Ich will die Kommentare ankommen. Und schreib einen Kommentar rein. Vater, ich muss in die Klassengruppe schauen, warte Gott. Mann, Lukas, wegen dir, du, Harald, bin ich. Nachher, warte Gott. Lukas, ich bin jetzt in der Lobby, ne? Mann, ich find immer noch dieses Play-Lied nicht. Warte Gott. Wir warten. Drücke einfach, um meine Nachricht zu enden. Äh, das geht gar nicht. Äh, wo ist das? Äh, wo ist das? Ich find noch das. Jetzt bin ich irgendwie auf einem Falle-Video gekommen. Ich find noch mal, wie das jetzt kam. Aber ich hab gestiucht, das war eine Stunde. Äh. Ähm, ich weiß nur, dass du mehr als 10 Kommentare, du Idiotensohn. Jemand hat geschrieben, der heißt, wieso liest du dir das durch nicht mehr? Ne, wieso liest du dir das durch, heißt der echt. Hey, bei mir kommt die Chat gar nicht mehr. Bei mir ist es eine lange Weile, wir müssen jetzt fertig aufkommen. Yaki, komm mal bitte, ich kann nicht mehr, Nokia ist geil, was ist? Hä? Ach, das hat die von einem Jahr geschrieben, das war nicht Yaki. Es gab keine, die Yaki. Natürlich, Yaki, bestes Färs. Wie so liest du dir das durch? Oder wenn ich jetzt komplett los? Nein, die hat gesch... Also, Yaki hat geschrieben, ah ja, interessant. So. Das Schuss, dort steht, die heißt, wieso liest du dir das durch? Hm, was kann. Ich habe geschrieben, ah ja, interessant, gibt es Langeweile. Ihr müsst unseren fertigen Auf... Mann, Alter! An unsere Schule senden. Yaki, komm mal bitte. Ich kann nicht mehr, Nokia ist geil, was... Wie, ich kann nicht? Jaki, komm mal bitte. Hä? Also, ganz ehrlich, Hilfe. Bei mir werden die Kommentare gar nicht mehr angezeigt. Stopp! Wie soll ich denn das durch? Ich habe ein Herz auf ihrer Fresse. Danke. Wir haben Paus noch nicht so angekickt. Warte, ich gucke gerade mal eben kurz... Äh, Kommentare anzeigen. Lol, da, stimmt! Was für Yaki, die beste Pferd! Natürlich! Ich will die ganze Zeit nur Yaki! Lol, Yaki hat beide Kommentare geschrieben, gedisst auch. Und seien ist dumm, und seien ist... Doch, natürlich! Und wir haben gerade ein Tor kassiert. Ach, juuuuhu. Ja, ich wollte gerade was beim Stream gucken, wenn wir den Stream einstellen haben. Beste Vorlage. Das ist unser Tor, du Idiot! Ich wollte, Baby! Guck mal, der Kack, Lukas hat das ins Tor geschossen. Nein. Äh! Das weiß ich nicht mal. Ja, ich dachte ehrlich, wir müssen auf Blau schießen. Nein. Aber ich wollte mal aufgeben. Koko-Bär ist alleine. Mann, Lukas! Koko-Bär. Okay, ich komme mit, ich gucke mit. Ich gucke mit. Koko-Bär. Koko-Bär. Warte mal. Äh! Ein Unfeuer! Ich bin Einziger, ja, aber gar nicht Unfeuer! Und mit dem Fick kommt gerade nicht. Ich bin auch im Fick kommt. Wau? 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 Ha! Guck mal, mit mir Kass fehlt mir kein Ein-Tor. Weil ich einfach check die weniger. Ich hab Kassel saved, aber... Aua! Und dann guck dir das Tor an, Alter! Und dann... Mit mir Kassel immer kein Tor! Nein! Beste... Nee! Dieser Typ, Alter! Wuuu! Wuuu! 100 Euro scheinen die ganze Zeit. Der will richtig flexen auf seine Kackspiegel. Das ist halt endlich so. Ich scheine meinen Spiegel, weil ich denke, es sieht gut aus. Und benutze ihn halt eben nicht mehr. Ich auch. Dieser Yannack-Lutscher. Ja, ich auch. Nee, der geht schon 50 Euro allein für ein Skateboard aus. 50 Euro? 50! Da hol ich mir lieber eine Plastik, oh Gott! Das ist halt endlich. Ganz ehrlich, ich... Ich hab einfach nur das gesagt, um mitzuhalten mit ihm. Obwohl ich nur ein Longboard hab, aber das rei... Das ist halt einfach tausendmal besser. Erreiten! Longboard! Nein! Longboard! Ein Longboard ist besser. Beste Vorlage, Kappa! Ein automatisches... Ein automatisches... Ein automatisches... Digga, die ganzen Leute hier! Mein Big Mac! 100! Ich drück aufs Gas, hör direkt die 100 kmh! Big Mac! 100 kmh! Ja, das kannst du mit nem Drahtroller da! Ja, ich hab einen! Ja, dein Scooter, den gibst dann... Lukas Logik! Ich... Ich... Für... Anstatt das Skate... Anstatt mein Scooter zu behalten... geb ich für mein Skateboard... mein Scooter weg! Ende! Nein! Mach ich da noch! Hä? Ach so... Würdest du lieber Skateboard fahren können? Ja... Oder gut Scooter fahren? Skateboard... 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 lukas intelligenz war einmal draußen mit freunden und scooter zu fahren denkt er wäre richtig krass und muss um zehn uhr morgens immer aufstehen als skater ich muss morgen um zehn uhr aufstehen wenn du nicht um zehn aufstehen willst meine fresse ich weiß mit uns ist mein freund beim fordnet zocken es sieht eigentlich so scheiße aus wenn man da wenn man diesen tisch so angucken vorher war der so richtig geil es ist einfach ein scheiß papploch drin ist so ein papptisch der wie lange hat denn bitte die 0 sekunde gedauert bestimmt 30 jahre die 0 sekunde auf sekunde 0 nö nö das ist 1 krass und bin ich nicht 2 ich bin zahmer nicht es ist dieses wie so liefst du dir das durch kein plan Naja, sag einfach mal so, die müssen ja auch nicht spannen. Guckst du im Stream? Wann hast du Abos? Warum hast du so viele Videos gelöscht? Ich? Wann hast du so viele Videos gelöscht? Wann hast du so viele Videos gelöscht? Dann machen wir eine eigene Lobby und machen irgendeinen Scheiß. Oder wollen wir auch ein paar Missungen machen? Ja, aber zuerst Comedy? Comedy ist der Schein des Lebens. Aber hast du auch einen? Äh, okay. Ich hatte den Scheiß-Oppressor. Ich hatte den Scheiß-Oppressor. Also ja, ich habe den Scheiß-Oppressor. Wieso liest du dir das durch? Ich bin eine Giraffe oder auch nicht geschrieben. Ich muss jetzt erstmal wegen euch hobbylosen Kinder, weil ihr jetzt GTA gehen wollt. Ich muss jetzt erstmal die Disks rausholen. Warum? Ganz ehrlich, warum? Ich geh schon mal. Ich bin eine Giraffe-Kappe. So, red doch mal für mich, ich hoffe. Ich bin ein Giraffe-Kappe. Ich finde das Motorrad im Karin. Ne, voll geil. Das habe ich aus Versehen geworfen, wollte es nicht mal gewinnen. Warum spielst du denn? Ich mag das nicht mehr. Ich mag das Motorrad. Das ist ein Tast im Motorrad, wo der überall ist. Waaat? Warte, das wird jetzt erstmal... ...und fettes Kind runter. Aber du verstehst gegen die Richtlinie...